Wo möchtest du deinen nächsten Urlaub verbringen? Ich möchte nach Spanien reisen. Ich möchte nach Spanien reisen. Was ist deine Lieblingsjureszeit? Meine Lieblingsjureszeit ist der Frühling. Bist du schon einmal in Deutschland gewesen? Ja, ich war letztes Jahr in Berlin. Wie kommst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Kannst du mir helfen? Ja, ich helfe dir gerne. Hast du einen Hund? Ja, ich habe einen kleinen Hund. Ja, ich habe einen kleinen Hund. Wie war dein Tag? Mein Tag war gut, danke. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist halb acht. Woher kommst du? Ich komme aus Ägypten. Was machst du heute Abend? Was machst du heute Abend? Ich gehe ins Kino. Was ist du zum Frühstück? Ich esse Brot und Käse. Ich esse Brot und Käse. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Ja, gerne. Was brauchst du? Ja, gerne. Was brauchst du? Wo ist die Toilette? Die Toilette ist im Flur links. Die Toilette ist im Flur links. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Das kostet zehn Euro. Das kostet zehn Euro. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Ich war mit Freunden im Park. Ich war mit Freunden im Park. Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite in einem Büro. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Ich habe Avatar gesehen. Ich habe Avatar gesehen. Wie kommst du zur Arbeit? Wie kommst du zur Arbeit? Wie kommst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Bus. Ich fahre mit dem Bus. Magst du Kaffee oder Tee? Magst du Kaffee oder Tee? Magst du Kaffee oder Tee? Ich mag Kaffee mehr. Bist du müde? Bist du müde? Ja, ich bin sehr müde. Ja, ich bin sehr müde. Gehst du morgen arbeiten? Gehst du morgen arbeiten? Ja, ich arbeite morgen von 9 bis 17 Uhr. Ja, ich arbeite morgen von 9 bis 17 Uhr. Was machst du abends? Was machst du abends? Ich sehe meistens fern. Kannst du Auto fahren? Kannst du Auto fahren? Kannst du Auto fahren? Ja, ich kann Auto fahren. Wo ist der nächste Supermarkt? Der nächste Supermarkt ist um die Ecke. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Lesen. Mein Hobby ist Lesen. Magst du Sport? Magst du Sport? Ja, ich spiele gerne Fußball. Ja, ich spiele gerne Fußball. Was machst du am Wochenende? Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Ich spiele Fußball und lese Bücher. Ich spiele Fußball und lese Bücher. Wann stehst du auf? Wann stehst du auf? Wann stehst du auf? Ich stehe um 8 Uhr auf. Ich stehe um 8 Uhr auf. Wie heißt dein bester Freund? Wie heißt dein bester Freund? Mein bester Freund heißt Mohammed. Mein bester Freund heißt Mohammed. Magst du Kaffee oder Tee? Magst du Kaffee oder Tee? Ich mag Kaffee mehr. Ich mag Kaffee mehr. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Ich habe Avatar gesehen. Ich habe Avatar gesehen. Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Büro. Wie kommst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Bus. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke, und dir. Was machst du heute? Was machst du heute? Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Hamburg. Ich wohne in Hamburg. Was isst du zum Mittagessen? Was isst du zum Mittagessen? Ich esse ein Sandwich. Ich esse ein Sandwich. Hast du heute Zeit? Hast du heute Zeit? Hast du heute Zeit? Ja, am Nachmittag habe ich Zeit. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist 14 Uhr. Es ist 14 Uhr. Es ist 15 Uhr! Wie spät ist es 15 Uhr? Ich geh inaudibe. Anfisz Wie lange bleibst du im Urlaub? Ich bleibe zwei Wochen. Gehst du gerne wandern? Gehst du gerne wandern? Ja, ich gehe gerne wandern. Welches Wetter magst du am liebsten? Ich mag sonniges Wetter. Ich mag sonniges Wetter. Wie oft gehst du ins Kino? Ich gehe einmal im Monat ins Kino. Ich gehe einmal im Monat ins Kino. Hast du Pläne für das Wochenende? Ja, ich treffe mich mit Freunden. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Kochst du gerne? Ja, ich koche sehr gerne. Fährst du gerne Fahrrad? Fährst du gerne Fahrrad? Ja, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Was isst du zum Frühstück? Was isst du zum Frühstück? Ich esse Brot mit Käse. Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Wie lange dauert dein Weg zur Arbeit? Wie lange dauert dein Weg zur Arbeit? Mein Weg zur Arbeit dauert 30 Minuten. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Meine Mutter heißt Anna. Meine Mutter heißt Anna. Gehst du gerne spazieren? Gehst du gerne spazieren? Was machst du in deiner Freizeit? Ich lese gerne Bücher. Ich lese gerne Bücher. Fährst du gerne in den Urlaub? Fährst du gerne in den Urlaub? Ja, ich liebe es, zu reisen. Ja, ich liebe es, zu reisen. Gehst du heute Abend aus? Nein, ich bleibe zu Hause. Nein, ich bleibe zu Hause. Trinkst du Kaffee oder Tee? Trinkst du Kaffee oder Tee? Trinkst du Kaffee oder Tee? Ich trinke lieber Tee. Welche Sprache lernst du gerade? Welche Sprache lernst du gerade? Ich lerne gerade Deutsch. Ich lerne gerade Deutsch. Hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Ich heiße Joanna. Ich heiße Joanna. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich hätte gerne einen Kaffee. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Entschuldigung, wo ist die Toilette? Wie spät ist es? Dankeschön. Was machst du heute? Was machst du heute? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Was essen wir zum Abendessen? Ich mag dieses Buch sehr. Ich mag dieses Buch sehr. Ist das dein Hund? Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. Ich möchte eine Reservierung machen. Ich möchte eine Reservierung machen. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich auf das Wochenende. Heute ist ein bisschen länger. Wie lange bleibst du hier? Wie lange bleibst du hier? Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Ich habe heute viel gelernt. Ich koche das Abendessen. Ich koche das Abendessen. Ich mag dein Lächeln. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Es gibt viele Bäume im Park. Der Zug ist pünktlich. Der Zug ist pünktlich. Ich werde bald nach Hause gehen. Ich werde bald nach Hause gehen. Die Katze schläft auf dem Sofa. Der Kaffee ist heiß. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Die Blume duftet gut. Die Blume duftet gut. Ich nehme ein Bad. Ich nehme ein Bad. Das Essen ist fertig. Das Essen ist fertig. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. Ich gehe einkaufen. Ich mache jeden Morgen Yoga. Ich mache jeden Morgen Yoga. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. Der Himmel ist voller Sterne. Der Himmel ist voller Sterne. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ich habe ein Bild gemalt. Der Computer ist kaputt. Der Hund bellt laut. Ich gehe in den Park spazieren. Ich gehe in den Park spazieren. Ich habe den Brief geschrieben. Ich habe den Brief geschrieben. Der Fluss ist breit. Der Fluss ist breit. Ich habe den Teppich gesaugt. Ich habe den Teppich gesaugt. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Er arbeitet als Lehrer. Er arbeitet als Lehrer. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist schön. Das Haus ist groß. Das Haus ist groß. Ich gehe zur Schule. Der Hund ist klein. Der Hund ist klein. Ich habe ein Fahrrad. Das Wasser ist kalt. Das Wasser ist kalt. Die Blume ist schön. Die Katze schläft. Die Katze schläft. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Das Buch ist langweilig. Das Buch ist langweilig. Der Fisch schwimmt im Wasser. Der Fisch schwimmt im Wasser. Ich lese ein Märchen. Ich lese ein Märchen. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich lese die Nachrichten. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. der Tisch ist aus Holz. Der Tisch ist aus Holz. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist breit. Die Straße ist breit. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Die Bäume sind hoch. Die Bäume sind hoch. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Ich trinke heißen Tee. Ich trinke heißen Tee. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Ich gehe langsam durch den Park. Ich gehe langsam durch den Park. Die Uhr hängt an der Wand. Die Uhr hängt an der Wand. Ich sitze auf dem Sofa und lese. Ich sitze auf dem Sofa und lese. Das Auto hat vier Türen. Das Auto hat vier Türen. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Die Pflanze braucht Wasser. Die Pflanze braucht Wasser. Das Haus hat viele Fenster. Das Haus hat viele Fenster. Ich schreibe einen kurzen Text. Ich schreibe einen kurzen Text. Das Fenster ist sauber. Das Fenster ist sauber. Das Fenster ist sauber. Ich koche heute Abend. Ich koche heute Abend. Das Brot ist frisch gebacken. Das Brot ist frisch gebacken. Ich gehe früh schlafen. Ich gehe früh schlafen. Der Wald ist grün und dicht. Das Bild ist schön gemalt. Das Bild ist schön gemalt. Das Zimmer ist sehr klein. Das Zimmer ist sehr klein. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Lehrer. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Der Schnee bedeckt die Straßen. Der Schnee bedeckt die Straßen. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich gehe früh zur Arbeit. Ich gehe früh zur Arbeit. Ich höre den Regen fallen. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Ich sehe fern im Wohnzimmer. Ich sehe fern im Wohnzimmer. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Ich packe meine Tasche. Der Zug kommt um 10 Uhr. Die Uhr tickt leise. Die Blumen sind bunt. Ich gehe ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Der Hund läuft schnell über das Feld. Das Kind malt ein Bild mit bunten Farben. Der Bus ist voll mit Leuten. Die Blätter der Bäume fallen im Herbst. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich sitze auf dem Sofa. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein состоянием. Das Urhege und리kt, das Haus? Ich riecht gut. Das Garten ist schön. Die Blume riecht gut. Die Blume riecht gut. Der Tisch ist rund. Ich trinke jeden Morgen Kaffee. Der Sommer ist meine Lieblingsjuriszeit. Ich mag es, in der Natur zu wandern. Ich mag es, in der Natur zu wandern. Ich gehe gern ins Theater. Ich gehe gern ins Theater. Ich lerne die Farben auf Deutsch. Ich gehe in den Wald. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich gehe nicht hin und wennAM Der Hund ist sehr freundlich. Der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt. Das Auto fährt schnell. Ich habe das Auto vor dem Haus geparkt. Ich habe das Auto vor dem Haus geparkt. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Die Stadt, in der ich lebe, ist sehr ruhig. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Das Haus hat drei Etagen. Das Haus hat drei Etagen. Das Buch hat viele Seiten. Das Buch hat viele Seiten. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Die Straße ist breit. Die Straße ist breit. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Das Bett ist bequem. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Die Katze ist süß. Die Katze ist süß. Ich habe viele Freunde. Ich habe viele Freunde. die Katze ist süß. Die Katze ist süß. Der Baum hat viele Äste. Ich trage einen warmen Mantel. Ich trage einen warmen Mantel. Ich genieße das schöne Wetter. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich habe heute Morgen lange geschlafen. Es ist wichtig, genug Wasser zu trinken. Es ist wichtig, genug Wasser zu trinken. Das Treffen wurde auf nächste Woche verschoben. Das Treffen wurde auf nächste Woche verschoben. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich fühle mich heute sehr müde. Ich fühle mich heute sehr müde. Ich habe wähle mich heute Morgen. Der Zug hat Verspätung. Der Zug hat Verspätung. Das Wasser im Pool war eiskalt. Ich kaufe frisches Brot. Ich habe eine neue Uhr. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich genieße das schöne Wetter. Ich habe meinen Freund im Café getroffen. Ich habe meinen Freund im Café getroffen. Wir treffen uns morgen um 10 Uhr. Wir treffen uns morgen um 10 Uhr. Ich habe gestern ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe gestern ein neues Fahrrad gekauft. Meine Schwester hat nächste Woche Geburtstag. Meine Schwester hat nächste Woche Geburtstag. Ich schlizei ein neues Fahrrad gekauft. Ich schließe der Unterricht. Der Supermarkt schließt um 20 Uhr. Im Sommer gehe ich oft schwimmen. Ich habe einen neuen Flugzeug. Der Zug fährt in fünf Minuten ab. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich lese gerne Bücher in meiner Freizeit. Ich bin müde und möchte schlafen. Ich bin müde und möchte schlafen. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Die Bäume im Park sind sehr hoch. Die Bäume im Park sind sehr hoch. Ich lerne gerade ein neues Lied auf der Gitarre. Ich lerne gerade ein neues Lied auf der Gitarre. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Wo möchtest du deinen nächsten Urlaub verbringen? Wo möchtest du deinen nächsten Urlaub verbringen? Ich möchte nach Spanien reisen. Ich möchte nach Spanien reisen. Was ist deine Lieblingsjuriszeit? Meine Lieblingsjuriszeit ist der Frühling. Bist du schon einmal in Deutschland gewesen? Bist du schon einmal in Deutschland gewesen? Ja, ich war letztes Jahr in Berlin. Ja, ich war letztes Jahr in Berlin. Wie kommst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Ja, ich helfe dir gerne. Ja, ich helfe dir gerne. Hast du einen Hund? Hast du einen Hund? Hast du einen Hund? Ja, ich habe einen kleinen Hund. Ja, ich habe einen kleinen Hund. Ja, ich habe einen Hund. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Mein Tag war gut. Danke. Mein Tag war gut. Danke. Mein Tag war gut. Danke. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist halb acht. Es ist halb acht. Es ist halb acht. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Ägypten. Was machst du heute Abend? Was machst du heute Abend? Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino. Was ist du zum Frühstück? Was ist du zum Frühstück? Ich esse Brot und Käse. Ich esse Brot und Käse. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Ja, gerne. Was brauchst du? Ja, gerne. Was brauchst du? Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Die Toilette ist im Flur links. Die Toilette ist im Flur links. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Das kostet 10 Euro. Das kostet 10 Euro. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Ich war mit Freunden im Park. Ich war mit Freunden im Park. Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite in einem Büro. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Ich habe Avatar gesehen. Wie kommst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Bus. Magst du Kaffee oder Tee? Magst du Kaffee oder Tee? Ich mag Kaffee mehr. Bist du müde? Bist du müde? Ja, ich bin sehr müde. Gehst du morgen arbeiten? Ja, ich arbeite morgen von 9 bis 17 Uhr. Ja, ich arbeite morgen von 9 bis 17 Uhr. Was machst du abends? Was machst du abends? Ich sehe meistens fern. Ich sehe meistens fern. Kannst du Auto fahren? Kannst du Auto fahren? Kannst du Auto fahren? Ja, ich kann Auto fahren. Wo ist der nächste Supermarkt? Wo ist der nächste Supermarkt? Wo ist der nächste Supermarkt? Was ist dein Hobby? Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Lesen. Mein Hobby ist Lesen. Magst du Sport? Magst du Sport? Ja, ich spiele gerne Fußball. Ja, ich spiele gerne Fußball. Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Ich spiele Fußball und lese Bücher. Wann stehst du auf? Wann stehst du auf? Ich stehe um 8 Uhr auf. Ich stehe um 8 Uhr auf. Wie heißt dein bester Freund? Wie heißt dein bester Freund? Mein bester Freund heißt Mohammed. Mein bester Freund heißt Mohammed. Magst du Kaffee oder Tee? Magst du Kaffee oder Tee? Ich mag Kaffee mehr. Ich mag Kaffee mehr. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Ich habe Avatar gesehen. Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite in einem Büro. Wie kommst du zur Arbeit? Wie kommst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Bus. Ich fahre mit dem Bus. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es gut. Danke. Und dir? Was machst du heute? Was machst du heute? Was machst du heute? Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Hamburg. Ich wohne in Hamburg. Was isst du zum Mittagessen? Was isst du zum Mittagessen? Ich esse ein Sandwich. Ich esse ein Sandwich. Ich esse ein Sandwich. Ja, am Nachmittag habe ich Zeit. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist 14 Uhr. Es ist 14 Uhr. Spielst du ein Musikinstrument? Ja, ich spiele Gitarre. Wie lange bleibst du im Urlaub? Wie lange bleibst du im Urlaub? Ich bleibe zwei Wochen. Gehst du gerne wandern? Gehst du gerne wandern? Ja, ich gehe gerne wandern. Welches Wetter magst du am liebsten? Welches Wetter magst du am liebsten? Ich mag sonniges Wetter. Ich mag sonniges Wetter. Wie oft gehst du ins Kino? Wie oft gehst du ins Kino? Ich gehe einmal im Monat ins Kino. Ich gehe einmal im Monat ins Kino. Hast du Pläne für das Wochenende? Hast du Pläne für das Wochenende? Ja, ich treffe mich mit Freunden. Ja, ich treffe mich mit Freunden. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Kochst du gerne? Kochst du gerne? Ja, ich koche sehr gerne? Ja, ich koche sehr gerne. Fährst du gerne Fahrrad? Fährst du gerne Fahrrad? Ja, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ja, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Was isst du zum Frühstück? Ich esse Brot mit Käse. Ich esse Brot mit Käse. Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Wie lange dauert dein Weg zur Arbeit? Wie lange dauert dein Weg zur Arbeit? Mein Weg zur Arbeit dauert 30 Minuten. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Meine Mutter? Meine Mutter heißt Anna. Meine Mutter heißt Anna. Gehst du gerne spazieren? Gehst du gerne spazieren? Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Ich lese gerne Bücher. Ich lese gerne Bücher. Fährst du gerne in den Urlaub? Fährst du gerne in den Urlaub? Ja, ich liebe es zu reisen. Gehst du heute Abend aus? Gehst du heute Abend aus? Nein, ich bleibe zu Hause. Trinkst du Kaffee oder Tee? Ich trinke lieber Tee. Welche Sprache lernst du gerade? Welche Sprache lernst du gerade? Ich lerne gerade Deutsch. Hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Ich heiße Joanna. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich hätte gerne einen Kaffee. Ich hätte gerne einen Kaffee. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Entschuldigung, wo ist die Toilette? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Dankeschön. Dankeschön. Was machst du heute? Was machst du heute? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Was essen wir zum Abendessen? Was essen wir zum Abendessen? Ich mag dieses Buch sehr. Ich mag dieses Buch sehr. Ist das dein Hund? Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. Ich möchte eine Reservierung machen. Ich möchte eine Reservierung machen. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich auf das Wochenende. Wie lange bleibst du hier? Wie lange bleibst du hier? Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Ich habe heute viel gelernt. Ich koche das Abendessen. Ich koche das Abendessen. Ich mag dein Lächeln. Ich mag dein Lächeln. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Es gibt viele Bäume im Park. Es gibt viele Bäume im Park. Ich gehe ins Bett. Der Zug ist pünktlich. Der Zug ist pünktlich. Ich werde bald nach Hause gehen. Ich werde bald nach Hause gehen. Die Katze schläft auf dem Sofa. Der Kaffee ist heiß. Der Kaffee ist heiß. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich habe eine Überraschung für dich. Die Blume duftet gut. Ich nehme ein Bad. Ich nehme ein Bad. Das Essen ist fertig. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Ich mache jeden Morgen Yoga. Ich mache jeden Morgen Yoga. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. Der Himmel ist voller Sterne. Der Himmel ist voller Sterne. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich habe die Pflanzen gegossen. Ich habe die Pflanzen gegossen. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ich habe ein Bild gemalt. Ich habe ein Bild gemalt. Der Computer ist kaputt. Der Computer ist kaputt. Der Hund bellt laut. Der Hund bellt laut. Ich gehe in den Park spazieren. Ich gehe in den Park spazieren. Ich gehe in den Park spazieren. Ich habe den Brief geschrieben. LCómo verkauft. Ich gehe in den Berg. Der Fluss ist kaputt. Der Fluss ist kaputt. Der Fluss ist kaputt. Der Fluss ist kaputt. Ich habe den Teppich gesaugt. Ich habe den Teppich gesaugt. Das ist mein Buch. Er arbeitet als Lehrer. Er arbeitet als Lehrer. Das Wetter ist schön. Das Haus ist groß. Ich gehe zur Schule. Der Hund ist klein. Der Hund ist klein. Ich habe ein Fahrrad. Ich habe ein Fahrrad. Das Wasser ist kalt. Das Wasser ist kalt. Die Blume ist schön. Die Blume ist schön. Die Katze schläft. Die Katze schläft. Die Katze schläft. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Das Buch ist langweilig. Das Buch ist langweilig. Der Fisch schwimmt im Wasser. Ich lese ein Märchen. Ich lese ein Märchen. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich sitze auf dem Sofa. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Der Tisch ist aus Holz. Der Tisch ist aus Holz. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist breit. Die Straße ist breit. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Die Bäume sind hoch. Die Bäume sind hoch. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Ich trinke heißen Tee. Ich trinke heißen Tee. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Ich gehe langsam durch den Park. Ich gehe langsam durch den Park. Die Uhr hängt an der Wand. Die Uhr hängt an der Wand. Ich sitze auf dem Sofa und lese. Ich sitze auf dem Sofa und lese. Das Auto hat vier Türen. Das Auto hat vier Türen. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Die Pflanze braucht Wasser. Die Pflanze braucht Wasser. Das Haus hat viele Fenster. Das Haus hat viele Fenster. Ich schreibe einen kurzen Text. Ich schreibe einen kurzen Text. Das Fenster ist sauber. Das Fenster ist sauber. Ich koche heute Abend. Ich koche heute Abend. Das Brot ist frisch gebacken. Das Brot ist frisch gebacken. Ich gehe früh schlafen. Der Wald ist grün und dicht. Der Wald ist grün und dicht. Das Bild ist schön gemalt. Das Zimmer ist sehr klein. Das Zimmer ist sehr klein. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Lehrer. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Der Schnee bedeckt die Straßen. Der Schnee bedeckt die Straßen. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich gehe früh zur Arbeit. Ich gehe früh zur Arbeit. Ich höre den Regen fallen. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Ich sehe fern im Wohnzimmer. Ich sehe fern im Wohnzimmer. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Ich packe meine Tasche. Ich packe meine Tasche. Der Zug kommt um 10 Uhr. Der Zug kommt um 10 Uhr. Die Uhr tickt leise. Die Blumen sind bunt. Die Blumen sind bunt. Ich gehe ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Ich gehe ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Der Hund läuft schnell über das Feld. Das Kind malt ein Bild mit bunten Farben. Das Kind malt ein Bild mit bunten Farben. Der Bus ist voll mit Leuten. Die Blätter der Bäume fallen im Herbst. Die Blätter der Bäume fallen im Herbst. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Das Wetter ist heute sehr schön. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich sitze auf dem Sofa. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Die Stadt ist groß. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Der Garten ist schön. Der Garten ist schön. Die Blume riecht gut. Die Blume riecht gut. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund. Ich trinke jeden Morgen Kaffee. Ich trinke jeden Morgen Kaffee. Der Sommer ist meine Lieblingsjöreszeit. Der Sommer ist meine Lieblingsjöreszeit. Ich mag es, in der Natur zu wandern. Ich mag es, in der Natur zu wandern. Ich gehe gern ins Theater. Ich gehe gern ins Theater. Ich lerne die Farben auf Deutsch. Ich lerne die Farben auf Deutsch. Ich gehe in den Wald. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Der Hund ist sehr freundlich. Der Hund ist sehr freundlich. Der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt. Das Auto fährt schnell. Das Auto fährt schnell. Ich habe das Auto vor dem Haus geparkt. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Die Stadt, in der ich lebe, ist sehr ruhig. Die Stadt, in der ich lebe, ist sehr ruhig. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Das Haus hat drei Etagen. Das Haus hat drei Etagen. Das Buch hat viele Seiten. Das Buch hat viele Seiten. Das Buch echt. Ich habe einen interessanten Artikel gesehen. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Die Straße ist breit. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Das Bett ist bequem. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Die Katze ist süß. Die Katze ist süß. Ich habe viele Freunde. Ich habe viele Freunde. Der Baum hat viele Äste. Ich trage einen warmen Mantel. Ich trage einen warmen Mantel. Ich genieße das schöne Wetter. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich habe heute Morgen lange geschlafen. Ich habe heute Morgen lange geschlafen. Es ist wichtig, genug Wasser zu trinken. Es ist wichtig, genug Wasser zu trinken. Das Treffen wurde auf nächste Woche verschoben. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich fühle mich heute sehr müde. Ich fühle mich heute sehr müde. Der Zug hat Verspätung. Der Zug hat Verspätung. Das Wasser im Pool war eiskalt. Das Wasser im Pool war eiskalt. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe eine neue Uhr. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich genieße das schöne Wetter. Ich genieße das schöne Wetter. Ich habe meinen Freund im Café getroffen. Wir treffen uns morgen um 10 Uhr. Wir treffen uns morgen um 10 Uhr. Ich habe gestern ein neues Fahrrad gekauft. 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 Meine Schwester hat nächste Woche Geburtstag. Meine Schwester hat nächste Woche Geburtstag. Der Supermarkt schließt um 20 Uhr. Im Sommer gehe ich oft schwimmen. Der Zug fährt in 5 Minuten ab. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich lese gerne Bücher in meiner Freizeit. Ich lese gerne Bücher in meiner Freizeit. Ich bin müde und möchte schlafen. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Die Bäume im Park sind sehr hoch. Die Bäume im Park sind sehr hoch. Ich lerne gerade ein neues Lied auf der Gitarre. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020